Wir hatten hier ein paar wunderschöne Tage in Schwangau. Thomas füllt gerade noch ein bisschen Wasser nach mit der Gießkraine, aber auch nicht zu viel. Wir lassen gleich noch Abwasser ab, weil wir wollen durch die Grenzkontrolle kommen ohne zusätzliches Gewicht, bzw. wir wollen ja jetzt keine extra Gebühren bezahlen müssen, weil wir Übergewicht haben und hoffen natürlich, dass wir so durch die Grenze kommen, Richtung Österreich. Mit der Zillatarbahn wollten wir zu Roseneim fahren. Leider fuhr die erste Bahn an uns vorbei, da wir an einer Bedarfshaltestelle standen. Nachdem wir den Knopf für den Halterwunsch gedrückt hatten, konnten wir in die nächste Bahn einsteigen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nach einer kleinen Wanderung erreichten wir das Zillatal und stiegen in eine Seilbahn ein, um von dort aus die Aussicht von Naruseneim zu genießen. Wir machen uns gleich noch mal. Bis zum nächsten 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 Mal. Während der Sommermonate können die Kinder am Fischenschloss stundenlang spielen und gleichzeitig die Natur im Zillerteil entdecken. Für Lina war dies eine willkommene Abwechslung und durch die vielen Wasserstationen konnte sie sich bei den heißen Temperaturen abkühlen. Da auch uns nach einiger Zeit ziemlich heiß wurde, sind wir schnell zu Roseneim geflüchtet und haben uns ein Eis gegönnt. Das war's für heute. Das war's für heute. Da muss man schon auf Start drücken, ernsthaft. Zwei Euro. Achso, jetzt muss ich auswählen, was für eine Kassette? Wir haben so eine Kassette. Nicht so eine. Es ist gerade sehr laut. Ja. So eine Kassette. Worte ich? Dann drücke ich jetzt mal auf. Start. Ich habe die Pferde gefunden. Ich kaufe das rein. Ich habe das mit dem Kassette. Von der Kassette ist wieder das rein. Dann gibt's die Pferde. Ich habe das mit dem Kassette gesehen. Allesるe in Kassetta. Sie hat das mit dem Kassette zu finden. Ich kann das mit dem Kassette befinden. Das ist ein Kassette. Zum einen Kassette. Der Kassette ist gut. Cualien ist mit dem Kassette vor. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020